Aber Talia, du solltest... Ist das eine wahnsinnige Überraschung? Ist ja nicht zu fassen. Ich hab dich seit der Popper's Pit High School nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Bin verheiratet. Muriel hat es mir erzählt. Turkey. Chuck? Chuck, ja klar. Oh, ich gratuliere. Komm und trink was mit uns. Ja, Rhonda. Ehrlich? Du möchtest was mit mir trinken? Wir können doch nicht zulassen, dass du den ganzen Urlaub allein verbringst. Wir sind nicht mehr auf der Schule und du musst nicht mehr das Gefühl haben, dass du nicht gut genug für uns bist. Hab ich auch nicht. Wenn ich das Gefühl hab, dass du dich verändert hast, dann sag ich es dir. Ich bin ehrlich. Im Gegensatz zu anderen. Ich sage, wie es ist. Ganz ehrlich? Ja. Ich sag's auch ganz ehrlich. Nicole hat ein Verhältnis mit Chuck. Muriel hat sie auf deiner Hochzeit in der Wäschekammer Vögeln sehen. Steck dir den Drink in den Arsch, Tanya. Ich würde lieber Rasierklingen schlucken, als mit dir was trinken. Und übrigens, ich bin nicht allein. Ich bin mit Muriel hier. Und jetzt einen kräftigen Applaus für unseren fünften Beitrag. Fahra! Und jetzt einen停ekvater. Und jetzt einen einen bows und ich bin mit ihr und我的 Thor O. Und jetzt einen nahм. Untertitelung des ZDF, 2020